Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten. Heute geht es um die TUI Cruises Rederei aus Hamburg. Und zwar kam heute eine E-Mail, ganz unverfroren, ich glaube vom Shitstorm-Manager direkt selbst. Und zwar hat man mal eben den Wohlfühl-Club, das Kundenbonusprogramm, abgeschafft bei TUI Cruises. Ich lese mal vor, was sie geschrieben haben und dann sage ich noch ein bisschen was dazu. Man schreibt, Stammgäste, alle aktuellen Informationen zu unserem Wohlfühl-Club. Die Main-Schiff-Flot ist für viele unserer Gäste ein besonderer Ort geworden, an dem sie immer wieder gern zurückkehren. Und so freuen wir uns sehr darüber, dass wir auch sie zu unseren treuen und begeisterten Stammgästen zählen dürfen. Das ist ja schon mal gut. Im Jahr 2016 haben wir den Wohlfühl-Club ins Leben gerufen, um ihre Treue anzuerkennen und wertzuschätzen. Und das ganz ohne Clubkarte. Extra Kosten oder Punkte sammeln. Ausgewählte Vorteile und exklusive Erlebnis an Bord sollten Ihnen eine Freude bereiten und Sie auf jeder Reise immer wieder aufs Neue überraschen. Es ist schön zu wissen, dass wir vielen Gästen damit ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnten. Gleichzeitig befinden wir uns aktuell in einer noch nie dagewesenen Situation. Die geltenden Reisebeschränkungen sorgen für einen bisher ungekannten Stillstand der gesamten Tourismusbranche. Herausfordernde Zeiten wie diese fordern manchmal unvorhergesehene Veränderungen. Auch wenn uns diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist, werden wir den Wohlfühl-Club in seiner heutigen Form vor diesem Hintergrund nicht weiterführen. Aber Sie dürfen gespannt sein. Wir arbeiten bereits an einem neuen Format, das mit vielen attraktiven Vorteilen genau auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wir sind fest davon überzeugt, dass Ihr Urlaub bei uns auch weiterhin in den besten Händen ist. Und wir setzen mit vereinten Kräften alles daran, sobald wie möglich wieder mit Ihnen in den See stechen zu können. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre besondere Treue und hoffen, Sie bald wieder an Bord der Main-Schiff-Flotte begrüßen zu können. Ja, das war der Inhalt der E-Mail. Und ich sagte zu Beginn, die scheint vom Shitstorm-Manager gekommen zu sein. Ich glaube, jeder hat mittlerweile mitbekommen, dass es der Touristik sehr schlecht geht, dass es auch den Reedereien sehr schlecht geht und dass im Moment keine Kreuzfahrtschiffe fahren. Und genau da ist auch der Knackpunkt. Es fahren derzeit keine Kreuzfahrtschiffe und das Kundenbonusprogramm ist deswegen sowieso schon ausgesetzt, weil das funktioniert ja nur, wenn Gäste an Bord sind. Also gab es überhaupt gar keine Not, jetzt den Gästen zu erklären, ja, es gibt jetzt einfach mal kein Bonusprogramm mehr, aber wir gucken mal vielleicht irgendwann wieder ein anderes. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Also es würde ja Sinn ergeben, wenn man sagt, passt auf Leute, das Bonusprogramm in der aktuellen Form, das haben wir eingestampft, dafür haben wir ein neues, das sieht so aus. Das wäre total legitim, würde auch jeder verstehen. Aber jetzt gerade in dieser Situation, wo man Telefonleitung abstellt und sagt, nee, komm, wir haben zu viel zu tun, wir reden nicht, wir kommunizieren nicht und wenn dann auch nur irgendwie komisch und mach das mal irgendwie mit einem Reisebüro oder informier dich woanders und dann eine Information, eine solche Information rauszugeben, verstehe ich gar nicht. Also entweder kommuniziert man gar nicht oder man holt sich den nächsten Shitstorm ins Haus. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich habe nur Negativstimmen dazu gelesen, bis auf ein paar positive von Tui Kruses Fanbrillenfans. Die finden alles geil, die sagen, super Sache, also ist überhaupt gar kein Problem, weil es kostet ja auch total viel Geld. Und Tui brauche jetzt Geld. Also sorry, das Abschaffen des Wohlfühlklubs rettet niemanden dort. Und ja, und es würde ja dann irgendwann wieder ein Kundenbindungsprogramm geben. Also ich bin ja kein Kunde von Tui Kruses, aber wenn ich einer wäre und man sagt, ja, man möchte mich für die Treue herzen und man möchte mir eine Wertschätzung zeigen, dann doch bitte nicht so, indem ich den Kundenclub, den Bonusclub während Corona storniere und sowieso schon einen Heidenärger irgendwie an der Backe habe mit vielen Gästen, weil die sich nicht verstanden fühlen. So, also der Gast fühlt sich nicht verstanden und sagt, Tui, kommunizier doch endlich mal mit mir. Tui Kruses geht her und sagt, ja Leute, wir wollen mal mit euch kommunizieren und zwar, ihr seid unsere treuen Fans und wir nehmen euch jetzt den Wohlfühlklub weg und irgendwann gibt es vielleicht was Neues mit tollen Vorteilen. Weiß ich nicht. Also das ist meine ganz persönliche Meinung. So, ich finde der Club sowieso sinnlos und würde mich da jetzt auch nicht anmelden oder darüber freuen, dass es eine Praline gibt oder nicht. Mich interessiert es tatsächlich überhaupt nicht. Mir geht es einfach nur im Hintergrund darum, man kommuniziert schon gar nicht und wenn, holt man sich nur noch Shitstorms ins Haus und das verstehe ich nicht so. Also der Club, falls es jemanden gibt, der den Club nicht kannte, so die kleinste, also ich stufe das jetzt mal ab, wir fangen mit der kleinsten Stufe an, was es eben gab und zwar dann relevant, also ab der dritten Reise, ab der sechsten Reise, ab der achten Reise, ab der zehnten Reise, ab der zwölften Reise, ab der vierzehnten Reise. So, das kleinste war ein Pralinen-Gutschein, dann kam ein Champagner-Gutschein, mein Schiff Sammeltaste, nur für Suiten-Gäste, Kaviar-Genuss-Gutschein, auch nur Suiten-Gäste, dann Spa-Verwöhn-Gutschein, Entdecker-Vorteil auf einem Landausflug, Wäsche-Service-Gutschein, zehn Espresso-Kaffee-Kapseln, extra Welten-Bummler-Pass, nur für Suiten-Gäste, Ahoi und Hallo mit den Offizieren, Surfen-Turf, Steakhouse-Gutschein, Besuch der Brücke, Blick hinter die Kulissen, zum Gast beim Küchenchef. Also es war jetzt nicht so, dass das wahnsinnig kostenintensiv war, weil man da jetzt viele Geschenke gemacht hat, so Pralinen kann man verschmerzen, Champagner, Herrgott im Himmel, da gibt es in der X-Lounge einen ganzen Tag, eine Sammeltasse, weiß ich auch nicht, ob da nicht der Benefit für die Reederei größer ist als für den Gast, weil der rennt ja im Zweifel damit rum und zeigt sie jedem, so Kaviar-Genuss-Gutschein, Spa-Verwöhnen-Gutschein, naja, Herrgott, das sind jetzt alles keine Sachen, die eine Reederei ins Wanken bringen, wenn es viele nutzen und ja, kostet sicherlich Geld, wenn Schiffe fahren, aber da ja im Moment keiner auf ein Schiff geht, muss auch der Wohlfühl-Club keine Leistung erbringen und ich finde das wahnsinnig traurig, also wirklich, mir macht das ja nicht mal mehr Spaß, früher war das so, da hat eine Reederei Scheiße gemacht, dann hat man da draufgehauen und hat sich insgeheim immer noch so ein bisschen darüber kaputt gelacht, wie sowas passieren kann, aber mittlerweile tut mir Tui ja wirklich mit dem, was sie tun, echt leid, wer macht denn sowas, wer kommt denn auf die Idee, während Corona, während man schon so viel Ärger mit Gästen hat, so ich habe gerade das Video von Andy geguckt, der ja auch gesagt hat, ey, wir haben so massiv viele Leute, die einfach nur noch unglücklich sind und Fragen haben und Tui kommuniziert nicht und er würde da jetzt gern mit Udo Lutz einmal drüber sprechen und will dann auch knallharte Fakten hören und dann kommt so ein Ding einen Tag später, ich weiß nicht, ich wüsste nicht, wie ich das für argumentieren soll, ich würde sagen, nee, ich schicke das nicht raus und es ist ja toll, wenn sie sagen, sie haben einen neuen Club, aber warum warten sie denn nicht ab, bis der neue Club entwickelt ist und sagen, das ist alt und das ist neu, so, dann kriegt man wahrscheinlich mich immer noch Ärger, weil dann irgendeiner die Pralinengröße anzweifelt oder was auch immer, es gibt ja dann immer Leute, die dann noch Theater machen, aber jetzt den Club ersatzlos zu streichen, weil einen Ersatz gibt es ja erstmal nur in irgendeiner Ferne, keine Ahnung, ob und wann der kommt und weiß ich nicht, damit die Treue wertschätzen eines Gastes, super, super schwierig, finde ich, ja, die Resonanz war auch gänzlich nicht so gut, was auch total nachvollziehbar ist, wie gesagt, es gibt da so ein paar Einzelne, die finden es ganz toll und sagen, naja, ist ja nicht so schlimm, kommt ja ein neuer, alles toll, aber die ist im Übrigen in dieser Gruppe, wo es dann auch darum ging, dass man ja nur mit dem Anwalt sein Geld bekommt, also so eine Fahne im Wind, und das finde ich echt schwierig, also eine Reederei muss ich ja echt auch irgendwann mal so überlegen, ob das Sinn macht, was sie da machen, vielleicht ist es jetzt der Sinn, dass Tui sagt, ja, scheißegal, Shitstorm nach Shitstorm, wir können es nicht mehr retten oder was, keine Ahnung, oder im Moment ist Shitstorm Time, wir hauen jetzt alles raus, was irgendwie negativ aufgefasst werden könnte, ich kenne die Intention nicht, ich persönlich finde es auf jeden Fall total daneben, in der Corona-Situation zu sagen, ja, unsere Wertschätzung ist das, wo ich einen Kundenclub erst mal streichen, bitteschön, keine Ahnung, kann ja jetzt jeder davon halten, was er will, ich habe euch jetzt mal ein bisschen erklärt, was ist passiert, was ist meine Meinung dazu und was ist eigentlich dieser Kundenclub, und im Endeffekt, wenn man das international vergleicht, Royal Caribbean hat glaube ich so den geilsten Kundenclub, den man haben kann, da hat man auch echte Benefits, da war dieser Wohlfühlclub halt weder attraktiv noch sonst was, aber er war halt eben da und die Kunden haben sich gewertgeschätzt gefühlt, wenn sie da zehnmal gefahren sind oder vierzehnmal und dann mal auf die Brücke durften, haben sie ganz laut geklatscht und fanden das wahnsinnig toll, verstehe ich für einen Endkunden auch, da freut man sich. Jetzt zu sagen, ich streiche das und danach gibt es dann Sachen mit attraktiveren Dingen, weiß ich nicht, was wollen sie denn danach machen, weil davon war ja jetzt schon mal nicht viel attraktiv, außer der Brückenbesuch, weil alles andere kann man sich eigentlich auch kaufen, okay, die Sammeltassen vielleicht auch nicht, aber sonst war jetzt nichts dabei, wo man sagen muss, das war jetzt wahnsinnig krass und da bin ich wirklich gespannt und ich weiß nicht, man hätte einfach sagen sollen, den Club, den haben wir verbessert, macht ja AIDA auch so, ich finde den AIDA-Club jetzt auch nicht geil, aber die sagen jetzt nicht, ja wir stornieren den und gucken mal, was wir dann anders machen, sondern sie sagen, okay, wir haben den verändert, da gab es das letzte Mal auch einen riesen Geschrei wegen dieser Seemeilengeschichte und weil, ach, was weiß ich, was die sich da aufgeregt haben, aber die haben halt einfach den Club geändert und Costa hat ihn auch geändert und alle ändern einfach nur den Club und Tui sagt, nö, wir haben jetzt Corona, wir stornieren den jetzt erstmal und ja, wir arbeiten ja an was Neuem, das sagen sie halt immer, es wird immer gesagt, man arbeitet an was Neuem und keine Ahnung, wo ist das Zeitfenster, wo endet es, 20.30, 20.21, Oktober 20, kein Mensch weiß es, so ist es eben, es gibt keinen Kundenclub mehr bei Tui, kann man sich auch nicht mehr darüber aufregen, aber ich finde halt für die Gäste so ein Faustschlag, aber wie auch immer, es ist nur meine Meinung, wie eure ist, kann ich nicht beeinflussen, mich interessiert es, aber erzählt mir gerne mal eure Meinung dazu und ja, macht es gut, bis dahin, ciao.